hallo leute und willkommen zu einer kleinen info noch mal oder halt nicht noch mal oder zu einer neuen info und zwar wisst ihr habe ich ja einen link rausgehauen von strawpol ob ich halt mit let's play ist hier oder mit minecraft pvp halt let's playen soll das geht jetzt noch bis zum ersten zweiten ab dann ist dann schluss und dann werde ich mich halt hier entscheiden da seht es gerade manche pvp hat fünf worts und let's place hat vier worts also wenn er nicht gewartet hat ich packe den link noch mal in die beschreibung kann noch worten bis zum ersten zweiten und dann ist halt schluss dann entscheide ich mich eins von denen ja zurzeit führt halt hier minecraft und ja das war es eigentlich auch schon würde mich freuen wenn ihr hier in den ganzen da lässt halt und ja dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten video haupte rein tschau